Einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich allen Traderinnen und Tradern und wir blicken heute in die Charts vom Nikkei. Wir schauen was WTI so treibt und US-Dollar Schweizer Franken heute in den Handelsideen. Gestern habe ich das Research schon in unseren Blog hineingestellt. Wer das mag, kann das selbstverständlich auch immer wieder lesen. Ich zeige das an dieser Stelle gerne auch noch einmal, wenn wir hier die Website von Tickmill einmal aufrufen wollen, wo übrigens auch ein sehr, sehr guter Überblick auf die Top-Konditionen, super Preisstellung geworfen werden kann. Da finden wir hier auf der Seite tickmill.co.uk-de den deutschen Teil der Website und da auch den Blog. Wer dort drauf klickt, kommt direkt auch in die aktuellen Beiträge immer rein, wo noch einmal in schriftlicher Form aufgeführt ist, was wir hier jeden Morgen in den Morning Briefings uns anschauen. Da kann man natürlich auch nachlesen, was hier heute auf der Uhr stand. Das habe ich gestern schon eingestellt, weil die Märkte geschlossen waren. Und wenn es die Zeit hergibt, gebe ich das Research selbstverständlich gerne auch schon am Sonntag, ja nicht Montagmorgen, am Sonntag, ja Mittag, Nachmittag raus, damit sich jeder auch so ein bisschen vorbereiten kann. Und damit gehen wir ins heutige Webinar hinein hier. Aber zuerst der große, wichtige Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Machen wir weiter mit der Handelsvorbereitung und dem Blick in die Nachrichten. Freitag haben wir es gesehen, dass wir hier heute nicht so viele Nachrichten auf der Uhr auch haben. Das heißt, die Woche ist gespickt mit guten Nachrichten, aber der Montag geht ganz ruhig hier an. Elena, Olaf, danke für die Grüße, einen schönen guten Morgen. Was bringen die Nachrichten heute? Ja, es gibt ein paar Reden in der EZB um 10, um 15.30 Uhr und dann am späteren Nachmittag. Dann gibt es ein paar FOMC-Mitglieder, also von der FED, die hier sprechen möchten. Und am späten Nachmittag um 18.30 Uhr oder früher Abend, da spricht ein MPC-Mitglied. Also die britische Notenbank tritt hier heute auch nochmal vor die Mikrofone und das kann, muss nicht, aber das kann doch immer mal zu Bewegungen führen. Wir schauen, was kommt. Die Relevanz, wir sehen es an den zwei Bullenköpfen, ist hier, naja, in der Mitte angesiedelt. Also es ist nicht massiv was zu erwarten, aber den ein oder anderen mag es interessieren. Und damit starten wir gleich mit dem Blick in die Charts, aber zuerst noch einmal der kleine Hinweis. Wer möchte, gerne einen Wunschchart posten hier in die Charts auf GoToWebinar oder auch in Facebook. Wir haben hier morgens auch immer wieder die Möglichkeit, den ein oder anderen Chart mal mit zu prüfen. Aktuell hier US-Dollar, Schweizer Franken im Tagesschart. Das große, große Bild, wir gehen mal kurz in die Woche hinein, wir sehen es, der Wochentrend, der schwingt nach oben, hat aber weite Ausläufe. Das heißt, das ist für uns, die aktiv auch traden, auch sehr, sehr schön zur Umsetzung, weil diese weiten Schwünge, die geben uns natürlich die Chance, wenn wir in den Tagesschart hineinschauen, auch die Korrekturen in Abwärtstrends und die Bewegungen in ihren Aufwärtstrends zu traden. Das große Bild, wie schon gesagt, momentan aufwärts gerichtet und deswegen schauen wir uns das Ganze mal kurz im Tagesschart an, weil im Tagesschart sehen wir, hier läuft die korrektive Phase gerade. Ich habe sie ein klein wenig versucht zu skizzieren. Im Tagesschart ist es dann ersichtlich, also das große, dicke, grüne Linie, die große grüne Linie hier, das ist die Bewegung im Aufwärtstrend. Und das, was wir hier sehen, ist ein untergeordnet laufender Abwärtstrend. Wir hatten vor knapp einer Woche schon mal über das Währungspaar gesprochen. Damals waren wir auf dem Weg nach unten hin angesiedelt. Und da haben wir einfach geschaut, was könnte denn kurzfristig hier einen leichten Support bilden. Wir wissen ja, Supports sind Anlaufpunkte, wo man eventuell mit Gegenwehr rechnen kann. Es muss nicht so kommen, aber es kann so kommen und häufig klappt das Ganze auch. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen in der magendafarbenen Gestaltung. Wir hatten hier ein Niveau, wo man im Stundentrend einen Bereich hat, wo es erst unten der Widerstand war, dann ging es drüber, wurde dann sozusagen zum Support. Und hier drüben sehen wir es, innerhalb dieses Levels hat der Markt auch tatsächlich gedreht und läuft wieder nach oben. So, das ist aktueller Stand der Dinge. Wir sehen hier schön, das habe ich mal innerhalb dieses Trendkanals eingezeichnet, den Aufwärtstrend der Stunde, wie er nach oben läuft. Nächster Deckel obendrauf könnte sich hier um diesen Ausbruchsbereich an der Stelle, an der sich dieser Abwärtstrend gebildet hat, in Fokus stellen. Das ist die Marke um 1.01.263. Hier dieser Bereich, das Tageshoch hier vom Freitag, wird mittlerweile getestet. Und wir wissen es, es ist übergeordnet noch ein Abwärtstrend. Das heißt, solange wie dieser Trend richtungsgebend ist, muss man immer wieder damit rechnen, dass das, was wir hier sehen, aktuell nur die Korrektur ist. Rein theoretisch könnte es auch passieren, dass der Markt jetzt einfach, so wie er es hier drüben gemacht hat, am Schnürchen nach oben läuft. So what? Das ist überhaupt nicht schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Ja, wir traden ja nur, wenn wir eine gute Signallage haben. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, ist entsprechend mal die Basissituation und wir haben wie immer hier zwei Chancen. Nummer 1, der Weiterlauf nach oben. Wie schon gesagt, hier wird es interessant, was am kleinen Widerstand passiert. Wird der gebrochen, wäre dann der nächste Anlaufpunkt hier oben, dieses Hoch um die Marke von 1.01.583. Der nächste Anlaufpunkt bricht es nach unten weg, dann können wir uns nach unten hin sehr, sehr schön orientieren an den Tiefs im Stundentrend. Den schauen wir uns auch gleich an. Wenn es nach unten geht, ist das dann eher eine Indikation dafür, dass möglicherweise der Abwärtstrend gebrochen, also fortgesetzt wird, so rum nicht gebrochen wird, sondern fortgesetzt wird. Und da wissen wir ja auch, wenn sich so ein Trend fortsetzt, dann läuft er auf alle Fälle mal hier unten drunter. Und da haben wir natürlich alle Chancen der Welt von hier oben ein Stück weit nach unten mit zu traden. Wir müssen da nicht drauf spekulieren, dass es weit nach unten bricht, sondern wir schneiden uns einfach beispielsweise im aktiven Trading ein Stück der Bewegung ab. Anlaufpunkte hier sind die Swing Lows im Aufwärtstrend der Stunde bei 1.00848 bzw. hier bei 1.00734. Und ich habe es erwähnt, den Stundenchart, und den blicken wir uns jetzt gleich auch mal im Chart etwas genauer an. Hier haben wir ihn drin laufen. Wir sehen es, dieser Trend, der läuft sehr, sehr schön nach oben. Heißt also hier an dieser Stelle, er läuft und läuft und läuft. Das ist der Trend. Hat hier einen Unterschwung gehabt. Aber wir sehen es, das Ganze steigt nach oben immer weiter an. Und da ist es jetzt halt wichtig, was passiert hier oben. Kommt es hier zur Trendfortsetzung, haben wir hier dann unten das letzte Korrektur tief. Wenn der Markt hier drunter fällt, ist der Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, wenn es dann den Schub nach unten gibt, das ist dann die Signallage, wo man sagt, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir eher nach unten rumdrehen. Ansonsten weiterhin hier der Blick nach oben, wie ich es gesagt hatte. Hier war das Trendbildungslevel. Da hatte der Markt auch, wo es gebrochen hat, nochmal versucht, daran zurückzulaufen. Und wenn wir das Ganze brechen, dann haben wir die Chancen hier oben in die entsprechenden Bereiche auch reinzulaufen. Das hier die Chancen im US-Dollar, Schweizer Franken. Nächster Chart, der Nikkei. Den schauen wir uns auch ja immer mal ganz gerne an, an dieser Stelle, weil er immer wieder schöne Bewegungen und Korrekturen macht, die uns Trader hier gut und gerne einladen, Trades zu machen. Was sehen wir aktuell? Wir haben es gesehen, am Freitag und auch heute wieder die Antwort auf den Markt. Gala, good morning, nice to see you here. Ja, wir haben heute auch wichtige, interessante Gäste von Ticmel mit auf dem Schirm, die auch immer mal bei uns reinschauen. Wie schon gesagt, hier zurück im Nikkei. Was haben wir gesehen? Freitag und auch heute wurde eher, ja, die Stärke, die gekommen ist, wieder verkauft. Das ist eigentlich so ein bisschen ein bärisches Zeichen. Das heißt, das ist auch das, was wir hier momentan im Nikkei sehen. Wir haben jetzt hier im Nikkei tatsächlich latent die Gefahr vorhanden, dass wir weiter nach unten brechen. Wenn wir uns das mal anschauen, hier mal diesen großen Schwungbereich zu sehen. Das hier war der letzte Bewegungstrend, der sich hier gebildet hat, der Schub schön nach oben. Wir sehen es mit dieser massiven Bewegung nach unten, sind wir hier unter dieses Tief. Hier oben gab es schon erste Indikationen. Das war der Swing der Stunde, den man hier oben schön sehen konnte. Das heißt, egal wie nah man jetzt am Markt ist, hier oben ist der Bewegungstrend gebrochen worden. Im Kleinen und hier halt dann im Großen. Der Schub kam durch. Wo hat er angehalten? Wir sind etwas unter diesen Lows. Das heißt, wenn wir uns mal diesen großen Trend angucken, das sieht man auch sehr, sehr interessanterweise auch auf der Woche. Wenn ich das mal kurz etwas größer summe. Wenn wir uns das mal so reinziehen, dann hat man hier den Start. Hier hat man das erste Bewegungshoch. Dann hier ein Korrekturhoch, Tief sozusagen. Und dann hier wieder den Schub nach oben. Das heißt, wir sind hier sozusagen unter ein wichtiges Tief gefallen. Das war hier am Tief hatten wir die 20.000, naja, ein bisschen über 800 Punkte Marke. Da sind wir definitiv drunter gefallen. Das ist immer ein bisschen ein Achtungszeichen. Das Achtungszeichen, das haben wir hier auch auf dem Schirm. Das heißt, was wir jetzt hier aktuell sehen, ist die regressive Phase. Also die Gegenbewegung dazu. Nächster Anlaufpunkt zur Oberseite. Das sieht man dann im Stundentrend auch relativ gut. Das ist die Marke hier oben um, die knapp 21.580 Punkte Marke. Diese Bewegung hier, die wir die Gegenbewegung haben, die kann sich durchaus weiter abdehnen oder ausdehnen. Oder wir sehen einfach den Hochlauf, wie wir das bei dem vorherigen Chart auch hatten. Aber aktives Trading heißt ja auch, wir gucken mal auf die kleinen Dinge, die hier so geschehen. Wir sehen es hier oben, kommt jetzt Schwäche rein. Der Stundentrend korrigiert. Und das ist das Interessante. Und deswegen blicken wir jetzt mal in die Stunde hinein. So, wir haben hier in der Stunde aktuell einen Markt, der hier oben nicht drüber wollte. Und das ist jetzt das Interessante. Wenn wir tatsächlich unten wegbrechen, ich mache das mal kurz etwas kleiner, dass wir mehr sehen. Also hier mal den großen Schwung. So, und was ist eine wichtige Marke? Eine wichtige Marke haben wir hier unten drunter liegen. Die 21.138. Wenn das unterschritten wird, dann ist der Aufwärtstrend kaputt. Heißt also, dann gehen wir eher wieder in die Richtung nach unten. Und dann haben wir wieder die Orientierungspunkte, wie wir sie gerade auch gesehen hatten, an dieser Stelle. Hier unten, wenn wir hier den nächsten Anlaufpunkt haben, das ist auch ein Korrekturtief oder eine Marke, die zumindest mal Beachtung gefunden hat. Das sehen wir auch hier drüben. Das ist der Bereich, naja, um die 20.950, 20.960 Punkte. Hier haben wir dann ein weiteres Tief, was ein tatsächliches Korrekturtief gewesen ist im Stundentrend bei 20.878. Und dann sind wir schon hier unten in diesem Bereich drinnen, wo wir das Tief haben, dieser starken Abwärtsbewegung, die den vorgehenden Trend gebrochen hat. Da ist also nach unten einiges an Potenzial da, aber genauso auch nach oben hin. Was heißt, was wir hier sehen, kann sich gut und gerne auch nach oben fortsetzen. Es ist ja nichts anderes als ein Dreieck, was wir hier momentan sehen, was ansteigt. Und bei den Dreiecken gibt es halt immer wieder die Gefahr, dass wir nach unten ausbrechen, weil hier fließen zwei verschiedene Trends ineinander. Und wir haben halt, wenn wir uns das ganze Bild mal auf Tagesschart angucken, auf Tagesschartbasis, wo wir den Tagesschart mal nehmen, wir haben halt wohl die Chance, dass wir von hier unten wieder rausdrehen nach oben hin. Wir haben halt noch keinen neuen Trend. Das heißt, wir haben weder einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis noch einen Abwärtstrend. Es gab halt hier den Trendbruch und dann wird sich jetzt irgendwann ein neuer Trend bilden. Deswegen ist die aktuelle Phase halt so interessant, dieser Stundentrend, den wir hier sehen. Wenn er weiter läuft, ist das ein gutes Indiz dafür, dass der Markt nach oben will. Je weiter er läuft, je größer wird natürlich das Risiko einer Gegenbewegung. Aber es gibt natürlich die Chancen, dass wir hier kein neues Tief sehen und der Markt schön sich nach oben weiter trendet. Und das hier das Interessante im Nikkei. Übrigens ein ähnliches Bild, wie wir das hier auch im S&P 500 oder auch im DAX sehen. Wir sind hier schön gestiegen, wobei hier keine Trends gebrochen sind im S&P 500. Aber auch hier hatten wir die dynamische Bewegung nach unten. Und jetzt sehen wir hier den Hochlauf nach oben. Hier oben in diesem Bereich, ich sag mal ganz grob über den Daumen, 2.900 Punkte im S&P 500. Da liegt momentan oben irgendwie der Deckel drauf. Das sieht man auch gut im Stundenchart, den ich hier mal eingeblendet habe. Hier haben wir einen Bereich, da wollte der Markt nicht so richtig drüber. Hier haben wir auch schon den nächsten Widerstandsbereich. Und das ist jetzt so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Wenn man sich allerdings hier den reinen Stundentrend mal anschaut, der trendet nach oben. Der ist schön nach oben am Laufen. Der hat hier ein Tief gemacht, ein reines Korrekturtief. Also da ist noch alles in Ordnung. Auch wenn das auf der Tagesbasis am Freitag erstmal zu ein bisschen Gewinnmitnahmen kam. Hier ist die Tür weiter offen. Wie schon gesagt, Zünglein an der Waage im kurzfristigen Bereich ist, was der Markt hier oben am Widerstand macht. Aber wenn wir hier einfach die Fortsetzung des Aufwärtstrends hier bekommen, warum soll der Markt dann nicht nach oben laufen? Dann haben wir die Chancen weiter offen auf der Oberseite. Und das kann man doch nutzen. Das ist genau das gleiche Bild, das wir aktuell im DAX auch mit sehen. Wir sehen es hier schön. Der nach oben laufende Aufwärtstrend, den skizziere ich hier an dieser Stelle gleich mal. Also einfach sehr, sehr schön vom Tief durchgestattet. Als alle Angst hatten, hat der Markt da unten rumgedreht und hat gesagt, Leute, es ist nicht so schlimm. Die Politik macht Politik. Börsen in der Politik haben oftmals gute Beine. Zack, sind wir schön nach oben gelaufen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach der schöne Stundentrend, der, wir blicken kurz in den Tag, nach diesem starken, starken Schub nach unten einfach trendig nach oben läuft. Das heißt, der Aufwärtstrend des Tages wurde hier unten wieder abgenommen. Hier sind es übrigens der letzte Short-Trade, den wir im DAX gemacht haben, wo die Pfeile noch drinnen liegen. Und dann ging der Markt hier schön nach oben ertrendet. Das ist das, was wir sehen wollen. Ob er bricht oder gleich nach oben läuft, I don't know. Wir werden sehen, ist mir auch relativ egal. Wichtig ist, dass wir die richtigen Trends und die richtigen Setups finden und damit das Ganze mit traden können. Und damit, kurz vor neun, geht es rein in den Handelstag. Ich wünsche allen einen grandiosen Montag, gute Trades und dann bis morgen. Den Blog gibt es wieder vor dem Webinar und um 8.30 Uhr sehen wir uns dann live an dieser Stelle. Also, tschüss und gute Trades.